Mein Haus ist voller Scheiße! Der hat hier alles voll geschissen! Er hat die ganze Wand voll geschissen! Voll, voll, die Presse, die Presse, die Presse. Großartig. Eine schöne Explosion. Wo hast du es her? Alter, also bitte. Also bitte, bitte, wie wir in der Schweiz sagen. Ja, bitte. Das ist Monty Python. Echt? Ja, aus Holland. Aus der Schweiz. Die Schweiz hat eine Komediantentruppe. Berühmte. Er hat er mit sich. Das Agäuer Puppentheater. Audio, herzlich willkommen zur 93. Tatsächlich 93. Episode unseres heute richtig schön durchgemischten, voll in die Presse, Medien- und Presse-Podcast. Und wen haben wir am Start? Und ich gebe euch einen kleinen Tipp für meinen ersten Kompagnon. I smell like beef. Hat jetzt wahrscheinlich keiner verstanden? I smell like beef. Beef! Oh ja, das war mir ein bisschen nicht ganz bewusst. Aber trotzdem Hallöchen. Hallöchen. Für euch andere habe ich jetzt leider nichts vorbereitet. Was hat das zu bedeuten? Ich gehe wieder. I smell like summer und I smell like Prollo habe ich leider nicht gefunden im Internet. Deswegen konnte ich nur... I smell like beef. Bieten. Aber, aber, wir sind ja hier heute uninteressant. Auch ich, Ben Cartwright, bin nicht wichtig und nicht relevant. Wirklich relevant ist unser heutiger Gast, unsere Gästin, die eine ganz verdiente Hörerin, Gästin und gute Freundin dieses Podcasts und ihrer Macher ist die liebe Esther. I smell like teen spirit. Moin. Genau, im Nebenjob Synchronsprecherin, Puppenspielerin und ausgebildete Sängerin. Vielleicht kriegen wir da heute auch noch eine kleine Kostprobe. Mal schauen, das ist ein Gesangsmikrofon, das haben wir extra hier hingestellt. I don't think so. Was singt es denn? Ja, das muss die Esther uns noch erzählen. Also schön, dass du da bist. Vielleicht für die, die uns noch nicht so lange hören. Die Esther war schon mal Gast, damals noch so quasi im Benanza-Bus. Die Vordersitze waren sozusagen fürs Publikum reserviert. Ich glaube, du hattest damals nicht mal ein Mikro, du durftest nur zugucken. Das war so ein paar Mal, du hast dich dann immer mal so eingebracht. Und das waren noch Zeiten, wo wir das noch auf irgendwelchen Parkplätzen im Bus, im Benanza-Bus aufgenommen haben. Auf ausgewählten Parkplätzen. Auf ausgewählten Assipark. Das war aber die Zeit vor dem Assipark. Plötzlich noch damals, du hast es eben genannt, unter der Brücke. Ja, und ich meinte, da wäre dann auch irgendwann die Polizei so komisch vorbeigefahren und hätte sich angeguckt, was da für verdächtige Gestalten im Auto sitzen. Das war regelmäßig der Fall. Ja, die haben uns ja mal fast arrestet. Ja. Die schöne Kabel, die Serienbombe, die wir da mit dem Serienautobombe, drei Kabel, drei verkabelte Autos. Was machen sie denn hier? Ich weiß nicht mehr, wie sie sind die Selbstmordattentäter von voll in die Presse. Aber auf dem Assiparkplatz, auf einem leeren, ein bisschen sehr doof. Das war ja auch noch zu Corona-Zeiten. Ich glaube, da ging es auch noch um Versammlungsverbot etc. etc. Also, wie viele Haushalte innerhalb eines VW-Busses waren. Ja, aber ich glaube, wir sahen auch ehrlich gesagt ein bisschen verdächtiger aus mit diesen Kabeln. Ja, die Kabeln sahen scharf aus. So, genau. Also, das war der kleine Blick in die Vergangenheit. Wer die Esther schon mal hören möchte, wie sie damals war und dann den Quervergleich zu heute und gefühlte 70 Folgen später hören möchte, der darf ein bisschen in unserem Backlog stöbern. Da sind viele schöne Folgen dabei. Und die mit der Esther habe ich auch in supergute Erinnerung. Also, ich wünsche uns allen eine ebenso schöne Sendung. Und zur Feier des Tages machen wir heute die sogenannte Beef. Oh, der steht heute voll auf die Mixed-Pickel-Sendung. Der Typ, der ist überhaupt nicht vorbereitet. Weißt du, du bist sonst ja immer so scharf. Ich, ja, heute bin ich irgendwie ein bisschen... I smell like beef. Ja, das kriegst du doch den ganzen Abend jetzt. Ja, das ist doch toll. Freue mich jetzt schon. Die Mixed-Pickel-Sendung. Und jetzt die Frage, warum? Weil sich das unser neuer Lieblingshörer Pino gewünscht hat. Also, Pino, diese Sendung ist auch ganz besonders für dich. Du hast uns vor, ja, zwei Wochen einen schönen, superschönen Leserbrief geschrieben. Um nicht zu sagen, den schönsten Leserbrief, den wir jemals bekommen haben. Wir sind übrigens der einzige Podcast, der Leserbriefe bekommen hat. Ja, ja, gut. Ist das der erste Brief, den ihr bekommen habt? Nee, nicht der erste, aber der schönste. Das ist der erste ohne Beleidigung. Wir sagen nicht, wie viele es sind. Nee, aber das ist der schönste. Wirklich ein Leserbrief aus Tirol von Pino. Und allein der Name, möchte ich sagen, löst bei mir schon totale Freude aus. Ihr kennt das ja, der Eis Pino ist früher mit seinem Eiswagen durch die Nachbarschaft gefahren und hat mein absolutes Lieblingslied für Elise immer so als Klingelton, hätte ich fast gesagt, als Erkennungsmelodie gespielt. Und da werde ich heute noch ganz wuschig, wenn ich das höre oder den Namen, da muss ich mal an Eis denken. Der Pino hat uns aber hier konkret auf ein Bier in Tirol eingeladen. Das finde ich super. Und deswegen haben wir ihm natürlich auch geantwortet. Und ich bin mal gespannt, ob sich daraus noch eine schöne Freundschaft entwickelt. Denn ja, wir haben uns, kann ich nicht anders sagen, wirklich ganz ernsthaft gefreut. Wir kriegen ja hier nicht so viel Zuspruch. Und die Sendung ist deshalb für dich, lieber Pino, weil du geschrieben hast. Und das fanden wir natürlich sehr cool. Das hätten wir nicht gesagt, dass wir manchmal so diesen ZuhörerInnen-Schwund bemängeln, der vielleicht einfach auch nur die schlechte Statistik unseres Dienstleisters. Aber da hättest du gedacht, dass wir ein Podcast für die Massen sind, was natürlich auch unser Anspruch ist. Da wir aber immer wieder sagen, dass wir uns noch ein paar mehr Zuhörende wünschen würden, stellst du dir seitdem laut deines Leserbriefs vor, dass wir diesen Podcast nur für dich machen. Und da hattest du uns. Da hattest du uns und haben gesagt, das ist schön. Da sitzt ein Mensch in Tirol, hört tatsächlich so vier Typen vom Rhein, wie sie über Presseerzeugnisse sprechen, oft ziemlich dämliches Zeug von sich geben, jede Menge Spaß haben, im Endeffekt eine aufgenommene Therapie-Session hier machen. Und du hast auch noch Spaß dabei. Das ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe auch Spaß dabei. Ja, aber wir sind ja auch, bei uns ist das, sollte man das annehmen, oder? Ja, mich hat der Pino auch dadurch, also er ist jetzt wirklich mein Lieblingsfan, weil er auch in seiner Mail schreibt, dass er so ein Fan ist von eben diesen Mix-Pickles-Folgen, von diesen offenen Sendungen. Genau, stimmt. Das Pino, da bin ich ganz bei dir. Ja, du hörst schon, wer unsere thematische Festlegung nicht so toll findet, aber Esther, du bist ja auch sozusagen eine Kreative. Wie gehst du denn damit um, wenn Leute sich wirklich als Fan, was weiß ich, bei Instagram oder irgendwas, oder vielleicht kriegst du ja auch Leserbriefe, zu erkennen geben? Ist das doch schön, das ist doch so, Applaus ist doch des Künstlers Brot, sagt man doch so schön. Auf jeden Fall, also ohne Applaus wäre das alles nur halb so schön. Und bei mir ist das ja so, meine ZuschauerInnen und so, die sind ja alle ein bisschen kleiner und die kommen dann und wollen manchmal Autogramme haben oder malen dann mir irgendwelche Kinderbilder und sind dann total glücklich, wenn ich da irgendwie meine Unterschrift hinschmiere. Und ja, aber das ist schön. Okay, eine Sekunde, da muss ich einhacken. Wait a minute, who are you? Genau, vielleicht solltest du mal etwas zu dir sagen, was du denn überhaupt so machst. Ja, ich mache Kindertheater mit Figuren und ohne und mit Gesang und da trete ich dann auf, im Theater, in Kindergärten, Schulen, auf Festen und überall eigentlich, wo man mich bucht. Ja, also wir machen einfach mal hier unbezahlte Werbung. Papa la Pupp ist der Name, könnt ihr in Social Media finden. Und ich finde es wirklich super cool, weil deine Figuren, also deine Puppen, die sind ja auch für sich genommen schon echte Kunstwerke. Also die Fotos, die du da immer postest, die sind also jetzt völlig ohne Übertreibung richtig cool. Das stimmt. Und die kann ich auch nicht selber machen, weil da bin ich total unbegabt. Und da habe ich dann Puppenbauerinnen für, die wirklich großartige Figuren für mich bauen. Das ist super. Ja. Ist das denn auch ein richtiger Berufszweig? Puppenbauer oder Puppenbauerin oder so? Also das gibt es schon noch wahrscheinlich jetzt. Ja, das ist doch das Metier, in dem der Prollo auch zu Hause ist. Echt? Du baust auch Puppen? Ich weiß nicht. Also auf eine gewisse Art und Weise. Das ist alles diskret unter Pseudonym. Ja, aber so eine Puppe, die ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, oder? Du konzipierst ja da die Stücke, die Theaterstücke und dann brauchst du da, also machst du da Skizzen oder sagst du, ich hätte gerne so eine Figur oder machst du das eher um die Figuren herum? Nee, also ich schreibe zuerst das Stück und dann spreche ich mit meiner jeweiligen Figurenbauerin und je nachdem, wie viel Geld ich gerade habe, kann ich nur die eine oder die andere engagieren, weil die eine ist halt wirklich sehr kostspielig, da kosten die Figuren dann bis zu 800 Euro pro Figur, die andere nimmt die Hälfte und das ist dann schon ein Unterschied, ob wenn ich dann fünf, sechs Figuren bauen lasse, ob ich dann 800 oder 400 bezahle. Und ja, die fragen dann, was für einen Charakter die Figur haben soll und danach bauen die die dann. Und meistens machen die das wirklich super. Ich weiß dann nicht genau, was kommt und das war bis jetzt immer gut. Das wäre doch jetzt auch meine Frage gewesen. Das heißt also, so eine ganz genaue Beschreibung gibst du gar nicht. Du sagst eher so das Charakterliche und die Puppenbauerin entwickelt daraus dann quasi auch Gesichtszüge etc. etc. Je nachdem, wie detailliert die Puppe dann ist. Also ein bisschen detaillierter war es dann, also ich habe anlässlich des Beethoven-Jahres, was ja dann wegen Corona mehr oder weniger ausgefallen ist, ein Stück geschrieben über den kleinen Ludwig. Und da hatte ich dann schon eine genauere Vorstellung, der musste dann halt wilde Haare haben und so. Aber ansonsten machen die das alles relativ frei. Da bin ich auch froh. Und Skizzen, also zeichnen kann ich auch überhaupt nicht. Und insofern machen die dann Vorschläge und dann passt das eigentlich in der Regel. Aber das Besondere an deinen Stücken ist ja auch, dass du singst dabei. Genau. Das ist ja nicht bei jedem Theaterstück zum Glück der Fall, wenn man guckt, wer die da so spielt. Ja, also ich bin ausgebildete Opernsängerin und ich singe in der Regel keine wirklich, also so klassischen Stücke. Aber das kann man dann schon auch einbauen und das macht total Spaß. Und am Anfang, die ersten Stücke, die ich geschrieben habe, da habe ich noch gar nicht gesungen oder nur ganz wenig. Und jetzt gehört das so ein bisschen auch dazu. Das ist der unique selling point, würde ich sagen. Das ist das Besondere. Genau. Also ich würde vorstellen, wenn wir mal doch ganz groß rauskommen hier mit dem Podcast, dann lassen wir uns vier als Puppe nachbauen. Und die Esther macht vielleicht irgendwie einmal den Podcast. Wir sprechen den hinter der Bühne und sie spielt uns dabei mit so kleinen Holzmikros oder so. Das wäre doch voll cool. Genau. Wir haben es ja immer nicht so mit unserem, mit dem Zeigen unserer Gesichter und so weiter. Seit vier Jahren, glaube ich, wartet der Durchbruch nur darauf, dass wir einmal so ein bisschen aus der Maskerade oder aus der Versteckung hervorkommen. Ihr traut euch nicht. Ja, ich weiß nicht, was das eigentlich ist, was der Grund dafür ist. Aber bei allem, was ich lese, wie man halt so Marketing für so einen Podcast betreibt, das geht halt sehr stark über die Persönlichkeit. Und die verstecken wir halt außer unserer Stimme sehr stark. Deswegen wäre das vielleicht die Idee, uns einfach als Puppe, sozusagen wir schieben die Puppe ins Rampenlicht. Spitting Image. Ja, oder wie heißt die, Hallo Deutschland oder so, das mit diesen Gummifiguren. Das wäre natürlich... Wir stellen jetzt immer jemanden bei Estas Aufführungen hin mit unseren Visitenkarten und verteilen die dann auch einfach. Das ist ja auch großartig. Ja. Da wären nur noch Kinder als Zuhörer und können keine jugendunfreien Sendungen mehr machen. Wir drücken die den Eltern in die Hand. Das haben die doch schon alles hier auf dem Handy, was wir erzählen. Also ich habe schon viele Aufführungen von Esther gesehen und da sind viele Eltern. Denen könnten wir die geben. Und ja, schaut euch bitte tatsächlich mal ihre Webseite an. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Sehr, sehr tolle Künstlerin. Oh, danke schön. Ja. Also schön, dass du da bist. Diese Sendung ist auch für dich. Auch für dich natürlich. Wir haben jetzt den Pino sehr gelobt, weil er uns wirklich berührt hat. Das war so das Highlight zum Jahresbeginn. Also für mich definitiv, weil ich bin auch so, dass ich sehr viel Zeit hier rein investiere und immer das Gefühl habe, das verpufft so irgendwie. Du hast ja wenigstens so unmittelbares Feedback. Du siehst ja, ob deine kleinen Fans da begeistert sind oder nicht. Nicht ob, sondern das. Das, ja. Ich sehe das, sie begeistert sind. Und das haben wir halt nicht, wenn wir jetzt nicht auf eine Bühne das mal irgendwann vorführen. Was im Übrigen, liebe Leute, noch mal Marketing, das ist der Trend für 2024. Live-Podcast. Ich sag's doch mal so. Aber ich meine, wenn wir eine Bühne machen, da sitzt keiner davor. Dann müssen wir halt einfach unsere ganzen Freunde einladen und das aufnehmen. Und dann ist das der Durchbruch. Das machen doch die drei Fragezeichen auch. Ja, genau. Wir machen das in der Fußgängerzone, wo man sonst nicht durchkommt. Ja, muss man halt ein bisschen zuhören. Ah, wir bieten längst dessen Arena. Think big. Ja, gut. Oder bei der nächsten Demo. Wenigstens den Creller. Ja. Darf ich auch noch kurz zum Housekeeping, beim Housekeeping was machen? Ich hab nämlich hier für die Jungs Kleinigkeiten besorgt. Für mich auch. Für die Jungs und was mit den Mädels? Ja, das ist leider etwas. Kondome? Macht's ruhig auf, traut euch. Es riecht nach Ei. Der Absender. Eier schneider. Wetten, der hat ein Eier schneid. Also der Absender ist Shenzhen, Shilan, Hau, Jung. Wenn ich der Sommer wäre, ich würde einen Eierschneider holen. Genau, das sind die hundertjährigen Eier, die jetzt geschnitten werden können. Oh, eine Stoppuhr. Guck. Ich kann's mir vorstellen, der will, dass wir hier wie beim Speed-Dating andere nur noch eine Sprechzeit haben. Nein, nein. Das ist ja geil. Eine Sprechzeit nicht, aber wir haben jetzt, ich hab seit Wochen, hab ich schon gesucht, weil wir ja häufig, uns läuft einfach die Zeit davon. Wir sind da irgendwie im Zeitmanagement ziemlich schlecht. Und dann hatten wir letztes Mal tatsächlich zwei Stunden eine Sendung aufgenommen. Zwei Stunden. Und da ich der Meinung bin, dass die Qualität der Sendung auch ein Stück weit von der Länge abhängt, hab ich gedacht, ich besorge uns jetzt allen so ein Ding, das kann man als Stoppuhr oder als Timer vor- oder zurücklaufen lassen, so dass wir die Zeit nicht mehr aus den Augen verlieren. Also, finde ich eine super großartige Idee. Ich hab's noch nicht angekriegt, aber der Prollo hat's geschafft. An der Seite einfach hochziehen und dann kann man's starten. Ja, super geil. Auch so ein schönes, großes, alterstaugliches Display, das kann man auch aus der Entfernung erkennen. Und dann geht's los. Das piepst bestimmt dann. Nee, also wenn du die Stoppuhr startest, dann piepst du das ja nie. Das ist wie beim Schach. So, zack. Ich mach da mal während der Erste vielleicht. Prollo, starte doch mal die Aufnahme und fang an, hier zu referieren. Und dann, wie viele Minuten haben wir denn? Ich möchte gern mit Sport anfangen. Sport wird gewünscht. Hättest du da was, Prollo? Da hab ich zufällig was da. Ey, der Timer. Der Timer. Das ist für meine persönliche Redezeit, das ist ja anmaßend. Na, jedenfalls, ich bin ja, Sport ist ja eins meiner Steckenpferde. Da muss ich erst mal fragen, sag mal, war der Superbowl jetzt eigentlich schon? Nein, nein, der kommt noch. Gut. Nach dem Superbowl ist ja vor dem Superbowl. Genau. Und die Buffalo Bills, das sind ja so Sportler, die haben ja hier dieser, wie heißt dieser komische Fußball, den die da haben? Die Bills sind gerade ins Halbfinale eingezogen. Richtig. Und weißt du auch warum? Weil sie das Spiel gewonnen haben. Richtig. Und warum haben sie gewonnen? Wegen ihrer Fans. Die haben nämlich... Es war saukalt auf jeden Fall. Es war saukalt und es war Wintereinbruch gewesen. Und dann haben sie sich gedacht, das Stadion ist einen halben Meter hoch zugeschneit. Und wer macht den Winterdienst? Die Fans haben den Winterdienst gemacht. Es gab immerhin 20 Dollar pro Stunde, aber tatsächlich sind da eine ganze Reihe Fans angerückt vor dem Spiel und haben das Stadion vom Schnee befreit. Also entweder mit Maschinenunterstützung oder auch durchaus mit bloßen Händen wurde dann Schnee gefegt. Und das, finde ich, ist mal Einsatz. Nicht nur immer Bier trinken und grölen, wie hier beim Tennis. Du als eingefleischter Sportfan weißt aber sicherlich auch, dass die Fans von Union Berlin ihr Stadion mitgebaut haben. Nicht nur gefegt. Hat ja was gebracht. Das finde ich noch viel cooler, diese Aktion. Dafür haben die jetzt einen prügenden Trainer. Oh ja. Oh mein Gott. Also jedenfalls, das war jetzt nicht nur diese Saison, sondern seit 1972 wird das alle Jahre mal wieder gemacht. Und da haben die Leute Spaß bei. Ist doch auch was Schönes, wenn man dann... Ach, das wird jedes Jahr gemacht? Na, je nachdem, wie hart der Winter ist. Also offensichtlich gibt es da auch einen Winterdienst glücklicherweise. Das wäre ja auch zu erwarten. Aber wenn es mal so richtig schneit und runterkommt, dann... Wer ist denn mit dem Thema Rasenheizung? Für die Sitzbänke. Sitzbänke kann man auch beheizen. Du fährst auch bei Schnee einfach mit Sitzheizung. Nee, also es war richtig... Ich habe... Die Fotos sind jetzt nicht so podcast-tauglich. Deswegen habe ich die nicht mitgebracht. Aber es war richtig Schnee. Also du konntest... Auf den Rängen konntest du so Hügel ausmachen, wo die Bänke waren. Also da ist schon einiges runtergekommen. Nicht so hier in Bonn, wo nach zehn Zentimeter schon Schneeballschlacht und Chaos herrscht. Ja, 13. Hast du dir denn das Spiel auch angeguckt? Nee. Ich habe mir das nämlich auch angeguckt zu Nächten. Und die haben ja nicht nur das da gefickt. Die hatten den Schnee natürlich immer noch da auf so Hügeln rumliegen vor den Bänken. Und dann haben die immer... Das sah ziemlich geil aus. Immer wenn ihre Mannschaft so recht gut gespielt hat oder wenn sie anfeuern wollen, haben die so Schneehaufen in die Hand genommen. Und zwar alle, also gefühlt die ganze Tribüne. Und dann haben die immer so hochgeworfen. Und da sah das so aus, als ob es da sozusagen von unten nach oben schneit in dem Stadion. Das sind unglaublich geile Bilder. Guckt euch die mal an. Diese Fans, die sind glaube ich... Ich meine, die Football-Fans sind eh verrückt. Ich glaube, in Green Bay haben die immer diese Käsehüte und andere Spiränzchen irgendwo. Das ist auch die Buffalo-Bills. Irgendeine Mannschaft, da sind die Fans immer vorher auf dem Parkplatz. Dann bauen die so Campingtische auf, nehmen Anlauf und springen halt wie so Wrestler auf diese Tische und machen die Tische platt. Das finden die halt witzig oder schmeißen sich gegenseitig auf diese Tische drauf und wämsen die um. Das ist so, zum Vorglühen machen die das, unter anderem. Aber eben auch, was machen sie noch zum Vorglühen? I can't take this much longer. I gotta have a beer. Genau, sie trinken ein Bier. To get dumped. Ja, dann starten wir doch mal. Wer will was präsentieren? Wer hat was mitgebracht? Also ich habe hier, weil ich ja noch im Dry January bin und, sag mal, du da auch immer für anspielbar bist, ich habe diesmal alkoholfreies Kölsch, aber wirklich 0,0 Frühkölsch und Gaffelkölsch mitgebracht. Mir fällt gerade auf, dass ich ja im Dry January bin. Der Bief, guck mich an. Der Bief, der braucht heute fünf Minuten, bis er den versteht. Er war nicht witzig. Wer alkoholfreien Gin möchte, der Ben hat mir eine Flasche geschenkt, die habe ich noch. Auch 0,0. So was gibt es? Das ist voll lecker. Also der ist echt gut. Also hier ist der Öffner, startet mal. Ich würde mal sagen, das haben wir nämlich vergessen, ich teaser mal kurz, dann könnt ihr vielleicht auch noch nachziehen. Ich habe auf jeden Fall nämlich was Interessantes mit. Wir werden nachher noch darüber sprechen, über das Thema unter der Dusche pinkeln. Weil ich dachte mir, wenn wir schon mal eine offene Folge machen, dann müssen auch wieder die ernsthaften Themen irgendwie mal wieder zu Wort kommen. Und ich bin auch froh, dass wir da jetzt eine Frau in der Runde haben. Das wird nämlich auch noch eine Rolle spielen. Ob Frauen auch unter der Dusche pinkeln oder was? Ja, wir sprechen da gleich drüber. Und als Quickie habe ich noch ganz wichtige Karnevalstipps zum Fremdknutschen. Also ist ja jetzt bald Karneval. Insofern dranbleiben bis zum Schluss. Hervorragend. Cool. Ich habe tatsächlich noch einen Verbrauchertipp dabei, der übrigens aus Südtirol kommt für unsere Stammhörerschaft. Der kommt aber nicht aus Südtirol, das ist in der Schweiz, der kommt aus Tirol. Details, Details, Details. Südtirol ist Italien. Das ist korrekt. Richtig. Die große Schweiz. Ich kenne mich halt aus. Da ist auf einmal ganz schnell. Schönen Dank. Es geht um Tiere. Es geht um Tiere. Unglaublich. Ja, wie du Golada. Das haben wir wollen. Prost. Prost. Also man muss noch zum Housekeeping sagen, wir haben jetzt, ich habe das Kölsch zwar, das alkoholfrei angeteasert. Der Beef hat ein alkoholfreies Jubilä am Hals. Und du hast was, Esther? Franziskaner Weißbier alkoholfrei Holunder. Holunder. Es schmeckt ziemlich grässlich. Aus der Mischbierhülle. Hervorragend. Was hat der Beef denn heute noch mitgebracht, Schöne? Unter anderem das Weißbier alkoholfrei Holunder und das Jubiläen. Und an Geschichten, das hatte ich eigentlich gemeint. Ach so. Also ich habe tatsächlich was auch wieder zum Thema Amtsschimmel. Sehr geil. Und könnte dann noch was bringen. Da müssen wir gucken, wie viel Zeit noch ist. Was, entweder ist es noch ein DB-Thema, da bin ich mal gespannt. Oder aber Risiko über die Weihnachtsfeiertage. Und ich meine nicht einen überhöhten Cholesterinspiegel. Oha. Oha. Risiko. Also Risiko. Also Gesundheitsrisiko. Ja. Ich habe eher dann so das technische Risiko. Da komme ich aber gleich zu. Zuerst würde ich gleich von einem absoluten, von einem absoluten, Weltsensation, darunter mache ich es auch nicht mehr, berichten. Das hat es noch nie gegeben. Und dann, das passt sogar einigermaßen, würde ich sagen, warum das Internet am seitenen Faden hängt, wenn 100 Lavalampen ausfallen. Oh. Tja, das muss man erst mal finden im Netz. Ich glaube, das ist zum Nachdenken was. Nee. Gott sei Dank. Zur Kenntnisnahme. Das mit dem Nachdenken, das ist doch mal ein Beefsmittier. Der liest doch die Süddeutsche. So, aber wer macht weiter? Der Prollo hat ja schon abgeliefert hier. Der Beef fummelt hier schon fleißig rum. Esther, was denn mit dir? Der sucht das DB-Thema raus. Willst du auch? Ich kommentiere. Okay. Ja, ich kann ja mal weitermachen. Also mein Thema, was ich habe, da geht es um einen Thomas Wiegold. Der wohnt in Berlin und hat ein Bußgeldbescheid bekommen. Das ist ja erst mal nicht besonders ungewöhnlich. Bußgeldbescheid, weil er zu schnell gefahren sei. Und da gibt es ein paar Einschränkungen. Also er wohnt, wie gesagt, in Berlin. Berlin-Kreuzberg, um genau zu sein. Hat ein Bußgeldbescheid bekommen, dass er zwar nur 7 kmh, aber immerhin sollte 20 Euro bezahlen. Eine Straße, der Tatort war eine Straße in Kaltenkirchen. Das ist nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein. Und das hat er mit einem Kleintransporter mit Bad Segeberger Kennzeichen verursacht. Jetzt gibt es zwei Einschränkungen. Der Herr Wiegold, der Thomas Wiegold, war zu dem Zeitpunkt A nicht in Kaltenkirchen und auch nicht in Schleswig-Holstein. Und er hat auch gar kein Auto. Und das Skurrile war, er hat das dann versucht zu recherchieren. Also hat erst mal dann Widerspruch eingelegt. Kann man ja machen dann über so ein Bußgeldbescheid. Kurze Frage, ist das das Bahnthema? Nee. Aber ist egal. Das ist der Amtsschimmel, würde ich eher sagen. Das ist der Amtsschimmel, genau. Genau. Und er fand dann raus, dass er hat die Polizeidirektion in Bad Segeberg angeschrieben, weil die halt da entsprechend von denen die Post kam. Und hat sich auch das Foto zeigen lassen und auf dem Foto, also der Herr Wiegold ist 63 und das Foto war ein Mann mit dichtem Haar und vollem Gesicht etwa 46 Jahre alt. Und das war etwa, aber auch nur, oder? Etwa. Etwa und nicht 45, sondern 46. Und er ist der Chef des örtlichen Metallbauunternehmens in Kaltenkirchen, die auch Transporter fahren. Und das ist der Halter des Wagens. Der heißt auch Wiegold, allerdings Julian Wiegold. Und das Schöne ist, die Polizei hat also quasi sich dann da nicht drauf verlassen, sondern hat gegoogelt. Und der Name Wiegold kommt halt öfter in Berlin vor. Und er ist auch relativ bekannt. Also er kam schneller einfach in den Google-Anzeigen. Er kam weiter oben quasi, der Thomas Wiegold, weil er auch einen, da schließt sich der Kreis, einen Podcast betreibt. Dangerous. Genau, und ja, und hat dann nochmal gefragt. Und er hat dann Widerspruch eingelegt und hat dann auch gesagt, naja, dann wäre das ja vielleicht der andere Wiegold und so weiter und so fort. Das hat die Polizei aber ignoriert und die hat auch zum Beispiel... Der hat das abgewiegold. Oh. Komm, der lag doch auf der Hand. Also, alle mit Niveau haben ihn nicht gemacht, sagen wir es mal so. Nee, aber ja, also man hätte jetzt den Julian Wiegold, das ist der örtliche Unternehmer, anrufen können. Und der sagt, dass er keinen Thomas Wiegold kennen würde und der auch nicht bei ihm wohnen würde, weil sie eigentlich die gleiche Adresse hätten. Also Fakt ist, um das einfach mal abzukürzen, dass die Polizei schlicht und ergreifend nicht das Naheliegende irgendwie weiter recherchiert hat, sondern sie haben auch darauf beharrt, dass dieser Thomas Wiegold diese 20 Euro bezahlen muss. Da kamen natürlich dann inzwischen zusätzliche Gebühren drauf, etc., etc. Und sie haben es auch weiter ignoriert, dass also quasi der möglicherweise ein wahrscheinlicherer Halter des Fahrzeugs auch der Wiegold ist, nur halt eben nicht der Thomas Wiegold. Darf ich mal fragen, was sie dazu veranlasst hat, nicht einfach nachzugucken, wer der Halter ist? Sie haben es, das sagte ich ja eben, also in dem Fall hat hier wohl eine Polizistin schlicht und ergreifend den Namen gegoogelt. Ja, aber das Autor hat doch ein Nummernschild. Ja, das haben sie dann quasi gegoogelt. Sie hat aber nur den Namen Wiegold gegoogelt und hat da eben den Thomas, das ist auch nicht zu verstehen, das ist ja der Witz dabei. Man kann ja kein Nummernschild googeln. Die Polizei hat natürlich den Halter rausgekriegt und hat dann aber, wie gesagt, nicht das Nahelegende gemacht. Aber beim Halter steht doch auch der Vorname dabei. Ja, aber das haben sie einfach ignoriert. Das heißt, sie haben halt quasi den Thomas Wiegold quasi nach, haben den übers Internet gesucht, haben gesagt, das ist der, in Anführungsstrichen, und haben ihn dann auch angeschrieben. Aber ich verstehe das auch überhaupt nicht. Steht da nicht auch die Adresse bei dem Halter? Ja, und da haben sie ihn ja auch angeschrieben und haben dann aber gesagt, er würde ja dann etwa mit Zweitadresse bei dem Unternehmer wohnen. Und den hat dann die Zeitung angerufen und der hat gesagt, bei mir hat A noch keine Polizei angerufen und B, der wohnt auch nicht hier. Und das heißt, die Polizei weigert sich, den offensichtlichen Halter des Fahrzeugs anzufragen, ob er denn oder einer seiner Mitarbeiter dieses Fahrzeug gefahren haben könnte mit der Knolle, sondern beharrt darauf, dass dieser andere Wiegold aus Berlin... Das wäre ja so, wie wenn ein Gerd Müller mit seinem Wagen geblitzt würde. Und dann gucken die nach, ein Nummernschild, ah, Müller, okay, ich google Müller, und der erste Müller, der auftaucht, der kriegt dann das Anschreiben. So ist das gelaufen. Aber Kaltenkirchen ist nicht in Ostfriesland, so weit war das nicht da. Ja, so weit von Ostfriesland, das ist in Schleswig-Holstein. Was sagt der, was ich nie da gesagt bekomme, jedes Mal, wenn ein Ferrari geblitzt wird? Es ist absurd. Also auch der, der hat ja dann auch einen Rechtsanwalt alles, aber das hat die Polizei erstmal alles ignoriert. Also auch das, ähm, das Foto, dass das überhaupt nicht miteinander übereinstimmt. Also die Polizistin, die das gegoogelt hat, hat auch ein Internetfoto, ein altes, ein elf Jahre altes Foto aus dem Internet, ähm, zu Vergleichszwecken herangezogen zu dem Blitzerfoto und hat gesagt, ja, das ist ja eins zu eins. Aber keinerlei, wie gesagt, keinerlei Ähnlichkeiten, das ist völlig absurd. Und, ähm, ja, wie gesagt, und der Rechtsanwalt hat jetzt da auch nochmal, ähm, hat jetzt auch nochmal nachgehakt, ähm, aber, ähm, das ist noch schwebend. Ja, ich hab, ich hab, ich hab festgestellt anhand von Fällen, eigenen Fällen und Fällen im Bekanntenkreis, dass die meisten, ähm, Rechtsstreitigkeiten dadurch entstehen, dass eine Partei einfach ein Idiot ist und es nicht kapiert und wirklich einen einfachen Sachverhalt nicht kapiert. Das ist immer wieder der Fall. Also, ich kann jetzt hier nochmal zitieren, also, ähm, jetzt steht eine Entscheidung des Amtsrichters an. Wenn es nicht so läppisch wäre, 20 Euro, könnte man beunruhigt sein über diese Art polizeilicher Ermittlungsarbeit. Und der Unternehmer Julian Wiegold aus Kaltenkirchen, da, wo das passiert ist, ist genau das. Er ist irritiert, dass da ein Unschuldiger den ganzen Ärger am Hals hat, nur weil ein Transporter seiner Firma im Mai 2023 zu schnell gefahren ist. Den Firmenchef hat nie wieder jemand gefragt, ob er die Sache aufklären könnte. Und, ähm, deswegen ist es nur wirr. Und das Problem ist, der Rechtsanwalt des vermeintlichen Fahrers, von diesem Thomas Wiegold aus Berlin, der hat das Gericht nun noch einmal angeschrieben, hat auch noch einmal den ganzen Sachverhalt dargelegt, dass es auch keinerlei Beweise für den Vorwurf gäbe. Und, ähm, wenn das Gericht das Verfahren trotzdem nicht einstellt, muss in einer Hauptverhandlung geklärt werden, wer nun wirklich gefahren ist. Und dann würden die quasi zum ersten Mal live aufeinandertreffen. Und da denke ich mir halt, das ist absurd. Total. Ja, also, aber witzig. Also, da kann man ehrlich gesagt froh sein, dass man irgendwie zufällig so ähnlich heißt, wie einer, der zu schnell gefahren ist. Und stell dir vor, der andere hätte irgendwie Kinder im Keller versteckt. Ja, dann würdest du hier, äh, wie heißt das? Swatting ist doch der Fachbegriff. Ja, aber dann heißt Bernd Höcke oder so. Also, keine Ahnung. Vielleicht machen die sich da so einen Spaß draus. Die sagen, wir rufen den Halter ab, aber wir gucken uns nur den Nachnamen an, nicht auf die Adresse. Und dann gehen wir sofort ins Internet und gucken, wer den spannendsten Idioten findet. Wenn das Internet steht, dann ist es wahr. Dann ist es ja nicht ganz von der Hand so weit. Ja, ja, dann gibt es das ja. Also, ich finde das auch, ähm, es ist, ähm, einfach willkommen in Absurdistan. Ich glaube, das ist, nennt sich Fahndungs-Bingo, was sie da spielen. Okay, ich habe mal eine Frage für euch. Nein, das war jetzt nicht die Bahngeschichte. Nee, das war ein Scherz, weil ich dachte, du sagst jetzt gleich, äh, der echte, oder dieser Thomas, der saß während der Zeit in der Bahn. Ach so. Ja, ich wollte eine kleine Brücke schlagen. Ich habe das schon mitgekriegt. Aber pass mal auf, hört mal jetzt sehr aufmerksam zu, was das wohl sein kann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yes! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist eine TikTokende, die sich irgendwo sehr günstig Schuhe organisieren konnte. Nee, und es hat auch nichts mit... Nee, da zu tun. Da schleppt eine Frau eine Kiste Wasser in den zehnten Stock. Na, das ist eine Frau, die am Bahnhof steht und endlich kommt der Notfahrplan der Zug. Oder der Zug kommt einfach. Genau. Nee, das ist ein Kind. Das ist ein 13-jähriger Junge. Und er hat ein Spiel gespielt und jeder kennt es. Ich ziehe das mal runter, bevor die GEMA kommt. Und er hat Tetris gespielt. Und er ist der erste lebende Mensch, zumindest der es beweisen kann, der Tetris durchgespielt hat. Bis zum Ende. Herzlichen Glückwunsch, möchte ich an der Stelle sagen. Ich fand das so geil. Der hat sich so gefreut. Der hat irgendwie, warum auch immer er sich dabei aufgenommen hat, aber er hat das halt gespielt. Und irgendwann, also Tetris kann man eigentlich nicht zu Ende spielen, wird da immer beschrieben. Und Tetris kommt halt einfach irgendwann zum Absturz. Und das war, glaube ich, in Level 157 der Fall. Also wenn man sich das anguckt, das rast enorm schnell, rasen die Dinger darunter. Und er hat Gameboy, tatsächlich auf dem alten Gameboy das gezockt. Und irgendwann kam dann halt der Lockscreen da. Und er hat es tatsächlich geschafft, das, was bisher keiner geschafft hat, das Ding zum Absturz zu bringen. Also an der Stelle, Weltrekord, Glückwunsch. Und dann ist der Gameboy implodiert, oder? Nee, ich glaube, da gibt es halt einfach so, wie gesagt, so ein, ich weiß nicht was genau. Man muss sich das Video angucken, wie man das beschreiben soll. Aber so ein Absturz, ein Systemabsturz. Weil der dann einfach irgendwann am Ende ist mit seinem Latein. Das ist ja ein sehr simples Spiel aus den 80er Jahren. Da gibt es auch irgendeinen Netflix-Film dazu, der sich sehr lohnt. Und da heißt auch Tetris, wie das erfunden wurde und aus der damaligen Sowjetunion rausgeschmuggelt wurde. Das war wirklich spektakulär mit einem Mann namens Hank Rogers, der nicht Pete Rogers, sondern Hank Rogers, der geholfen hat. Ein US-amerikanischer Spielevertreter eigentlich. Und der hat dann die Chance seines Lebens gewittert und hat dem, den Russen, müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, hat dem dann geholfen, dieses Spiel. Wann war das? In den 80ern? Lebt der noch? Ja, der lebt noch hier. Das ist der Hank Rogers. Alexej Leonidovich, Paschinov und der Hank Rogers hier, der sieht heute so aus, also absolut gut aussehender Typ noch immer. Und ist noch nicht aus dem Fenster gefallen. Genau. Bisschen Sky Dumont und dicker im Gesicht. Mit Bart, genau. Mit Bart. Und ja, dieser 13-Jährige, der hat es auf jeden Fall geschafft. Und das fand ich ziemlich cool und wollte ich einfach hier erwähnt haben. Ja, cool. Ich hatte den Artikel auch gelesen. Und was ich noch so ganz spannend fand, ist, dass man ja am Schluss, diese Teilchen oder diese Teile fallen ja so schnell runter, dass man nicht mehr reagieren kann in dem Sinne. Das heißt, es geht also nicht mehr mit einer normalen Tastatur, sondern diese Gamer haben wohl so eine spezielle Klopftechnik, dass die da im Prinzip das so runterzittern. Also da kannst du gar nicht mehr gucken, sondern es wird einfach nur noch gehämmert. Und dann, wie gesagt, das fand ich ganz faszinierend auch so von der Spieltechnik her. Ja, genau. Hier steht es. Willis Gibson hat es gemacht. Und da sieht man ihn jetzt hier. Den anderen zeige ich es mal. Und jetzt flippt er völlig aus, weil das dann irgendwie das Bild da eingefroren ist. Level 157 war es. Und ja, dann bleibt das dann so stehen. Das friert einfach ein, weil irgendwann der Algorithmus wahrscheinlich da einfach der sehr simple Algorithmus, keine neuen. Und jetzt guck mal, wie schnell das hier runterfließt. Die fliegen ja wirklich einfach nur noch tschau, tschau, tschau. Absoluter Hammer. Wahnsinn. Das Video können wir verlegen. 1989 ist die Version der Nintendo, also NES erschienen. Also wird es irgendwann Mitte der 80er Jahre erfunden worden sein, schätze ich mal. Also dieser Film, meine ich wirklich, guckt euch den mal an, der ist total geil. Der ist wirklich spannend. Angeblich alles war. Endorphine. Endorphine, ja. Ich weiß ja auch gar nicht, wie lange der da gesessen hat, bis der zu Level 157 kam. 13 Jahre. 13 Jahre, der arme Willis. Willis Gibson. Der Willis Wissen. Der war natürlich besser, Brollo. Endorphine gibt es ja auch. Ich habe mich eben nicht beklagt. Wenn man sich unter die heiße Dusche stellt. Ist ja auch immer sehr angenehm. Tolle Überleitung. Ja, wir sind die Meister der Überleitung hier, wir alle vier. Geht da nicht das technische Gerät kaputt? Jedenfalls. Wie, lenkt mich nicht ab. Es geht ums Duschen und es geht darum, ob unter der Dusche gepinkelt wird und wenn ja, ob das sinnvoll ist und so weiter. Und zunächst wird hier irgendwie angeführt, dass es angeblich Umfragen gibt, die, wonach 80 Prozent der Leute und der Menschen, Frauen wie Männer, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall unter der Dusche pinkeln. So, und jetzt hat hier aber eine Frauenärztin, die auf TikTok unterwegs ist, davon abgeraten. So, und jetzt, ich weiß nicht, was wir zuerst fragen, ob ihr unter der Dusche pinkelt oder warum hat sie davon wohl abgeraten? Also, ich bin offen und beantworte, dass ich pinkel nicht unter der Dusche, weil ich habe Beton-Cirée-Badezimmer und ich habe immer die Angst, wenn ich da drauf pinkeln würde, dann frisst das Zeug meine Imprägnierung auf. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Ja, ansonsten, ich meine, früher im Fußballverein hat man ständig unter der Dusche gepinkelt und zwar im Rudel. Sag mal, du warst dabei, aber schön war das ja noch nie. Muss man doch ehrlich sagen, da irgendwie sich das Bein runter zu schiffen, das ist ja nicht nötig eigentlich. Ja, und der Rest vom Schützenfest? In sehr wenigen extremen Ausnahmefällen muss ich einräumen, dass auch ich unter der Dusche uriniert habe. Okay. Also, ich nicht, weil wir haben eine Toilette. Ach so, habt ihr echt? Ja, ich auch nicht, wir haben auch eine Toilette, aber, also ich weiß, dass meine Kinder in der Grundschule, da war irgendwie mal so ein Typ, der hat gesagt, da ging es um Umweltschutz und Wassersparen und der hat allen Ernstes empfohlen, unter der Dusche zu pinkeln. Weil man sich ja dann das Abspülen sparen würde. Das Problem, was ich dann gesehen habe, ist aber, wenn man unter der Dusche pinkelt und dann, ich meine, das spritzt ja auch ein gewisses, also je nachdem, wer es ist, wenn es jetzt ein Sohn ist oder die Tochter. Und dann, wenn man einen Duschvorhang hat, dann ist das halt irgendwann richtig eklig und dann habe ich das untersagt. Ist mir egal, wie viel Wasser man dann sparen würde, angeblich, aber ich fand das dann so, also wenn es so eine Nasszelle ist, wie in irgendwelchen Hotels, geht das dann vielleicht, aber das, nee. Okay, aus hygienischen Gründen nicht. Ja, und aus olfaktorischen Gründen. Okay, hier wird jetzt jedenfalls noch auf zwei andere Gründe eingegangen. Also zunächst mal einen Grund, der beide Geschlechter betrifft, den ich ziemlich, so ein bisschen albern finde. Die Frauenärztin sagt, die Verknüpfung mit dem Wassergeräusch, wenn man das regelmäßig macht, dann könnte das dazu kommen, dazu führen, dass man sozusagen konditioniert wird, ja, unbewusst. Und immer dann, wenn man Wasser laufen hört, muss man halt auf Klo und das sei ja echt ungünstig. Neuronale Programmierung. Ja, ja, so ungefähr. Pavlosche Hunde kennt jeder. Also das heißt, jetzt mal liebe Fans da draußen, wer bei unserem Podcast ständig so einen Harndrang verspürt, dann ist es der Sammer schuld, weil der immer dieses Gluckergeräusch hier ins Mikro macht. Habt ihr euch aber leider auch als Duschpinkler entlarvt. Ihr wollt nicht wissen, wie ihr das Geräusch erzeugt. Ja, pass mal auf zu dieser Konditionierungsgeschichte. Es gibt ja wunderbare Kommentare, User-Kommentare. Da möchte ich mal gerade einen vorlesen. Ich muss leider das Mikro hier so ein bisschen bewegen, weil wir haben es heute total eng hier und ich bin so ein bisschen blind. Ich muss mich auf Abstand zu meinem Laptop geben. Also deshalb sollte man im Schwimmbad auch nicht immer Pommes futtern. Das wird dann automatisch mit der Dusche verknüpft und die Fritten werden nass. Hä? Moment mal, das heißt aber, wenn ich Duschpinkler bin, kann ich irgendwann keine Pommes mehr essen. Du solltest sie nicht unter der Dusche essen und dabei pinkeln. Ja, wenn du dich immer im Schwimmbad isst, dann hörst du immer das Wasser. Das heißt, dass deine Pommes dann demnächst, wenn du zu Hause bist, dann hörst du irgendwie die Dusche und dann rennst du mit den Pommes unter die Dusche. Das heißt, ich kriege... Das ist jetzt aber sehr weit hergeholt. Dann kriege ich aber beim Pinkeln wahrscheinlich auch immer Lust auf Pommes, oder? Das auch. Das ist auch so ein bisschen schräg. Siehst du? Ich würde nochmal zum Anfang zurückgehen. Also warum ist eine Frauenärztin auf TikTok? Ist nicht jeder auf TikTok mittlerweile? Ich nicht. Ich auch nicht. Nein, nicht jedes Individuum, aber jeder Beruf, jede Generation, jeder Idiot. Also das Thema klingt mir an den Haaren herbeizutelnd. Ein Festival des Wortwitzes heute. So, dann kommen wir jetzt zu den Frauen. Ich bin unheimlich froh, dass die Esther hier heute in der Sendung ist, weil die kann uns da vielleicht tatsächlich einfach als Expertin, weil sie eine Frau ist, auch was dazu sagen. Denn die Expertin sagt, dass Frauen im Stehen ein Problem haben zu pinkeln, weil man muss sich entspannen. Und wenn man steht, ist der Beckenboden eigentlich verspannt oder angespannt und es funktioniert nicht gut. Und wenn man dann trotzdem versucht zu pinkeln, dann kann das sein, dass man zu viel Druck auf den Beckenboden ausübt und dadurch sich sozusagen gesundheitlich nichts Gutes tut. Sie sagt auch irgendwie, dass da irgendwas, was sagt sie, kann dabei passieren. Ja genau, Dranginkontinenz könnte das auslösen. Was genau ist deine Frage an Esther? Meine Frage ist jetzt, stimmt denn das, dass man als Frau nicht im Stehen pinkeln kann? Also dass es so schwierig ist. Also dass man als Frau, genau. Das stimmt nicht. Ja vor allem, ich hätte gedacht, wenn du als Frau in dem Fall unter der Dusche den Drang verspürst zu pinkeln, dann musst du halt pinkeln. Dann musst du ja nicht da wie ein Irrer drücken, dass das rauskommt. Dann musst du, da hast du ja den Druck schon. Also das ist so ein bisschen, als ob du es drauf anlegst. Du musst eigentlich gar nicht und willst unbedingt ein paar Tröpfchen rausdrücken. Also ich kann nur davon abraten, auf TikTok Ärzte und Ärztinnen zu konsultieren. Ich hätte jetzt auch gesagt, wir sollten vielleicht in die Richtung denken. Ich finde auch eher, dass diese Verknüpfungskonditionierung mit den Pommes, dem Schwimmbad und dem Unter-der-Dusche-Pinkeln auch ein bisschen weit hergeholt. Und da scheint mir das auch in die gleiche Richtung zu gehen. Wir können ja mal googeln, so wie die Polizei das gemacht hat. Ja. Ja, der Thomas, der reißt das doch. Dann ist der Hawaii-Gold schuld. Aber der Julian. Wie Gold. Okay, also ich nehme mit, die Esther zweifelt, die Expertise dieser Frauenärztin an. Also zumindest in dem Punkt. Die weiß bestimmt sonst unheimlich viel. Und vielleicht trifft das ja auch auf manche Frauen zu. Aber ich würde ja eher sagen, wenn man unter der Dusche ist und das Wasser läuft und man verspürt den Drang zu pinkeln, dann trainiert man seinen Beckenboden, indem man dann nicht pinkelt. Und das ist ja dann eigentlich wieder gut. Das stimmt. Und ist es nicht sowieso so, dass man, wenn irgendwo Wasser gletschert, man eher das Bedürfnis hat zu pinkeln, wenn man sowieso muss? Also ich meine, der ist doch schon da, dieser Reflex. Das wird hier übrigens in den Kommentaren auch angemerkt, dass man, dass ja bei Kindern auch sich zunutze machen würde, irgendwie Wasser laufen lassen, dass die dann auf Klo können. Weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Aber das gehört habe ich davon auch schon. Also wenn auf TikTok die Kommentare klüger sind als der Beitrag, dann sollte man sich vielleicht ein anderes Hobby suchen. Ja, ich möchte... Hast wieder ein schönes Zitat gedrechselt. Ich möchte auch abschließend zu diesem unheimlich wichtigen Beitrag noch sagen, dass hier einer in den Kommentaren auch empfohlen hat, dass man dann sich doch einen Stuhl mit in die Dusche nehmen soll. Oh Gott, das stimmt. Ja, aber nicht, dass da noch groß kommt, ne? Das war dann die Antwort auf diesen Kommentar. Das war die Antwort auf diesen Kommentar. Da stand dann nämlich nicht, dass es nachher noch zum Stuhlgang kommt. Das ist ja dann wirklich eklig. Und du weißt, wenn du soweit bist, dann musst du jedes Mal, wenn du dich auf einen Stuhl setzt, nämlich pinkeln und Pommes essen. Ich fände aber auch so, ehrlich gesagt, eine Frau, die sich dann einen Stuhl unter die Dusche nimmt, um dann auf den Stuhl zu pinkeln, ist es auch irgendwie komisch. Auch bei Männern. Bei Männern auch. Würde ich sagen auch. Gut, ja, jedenfalls. Ja, die Männer, die müssten es ja nicht. Die können ja immer. Es sei denn, sie sind Sitzenpinkler. Okay. Okay. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wo du gerade eben Kommentare vorgelesen hast, das habe ich so bei meinem Vortrag gerade nicht schnell genug hinbekommen. Unter dem YouTube-Video ist noch ein superschöner Kommentar. Da schreibt nämlich ein Typ, nach fast 40 Jahren hat sich uns der Erlöse offenbart. Nicht John Connor, sondern Willis Gibson wird uns im Kampf gegen Skynet zum Sieg führen. Das ist so ein kleiner Film-Kommentar für die Cineasten wie unseren Hank. Astra la Vista. Baby. Genau. Ja. Machen wir weiter. Also das mit den Uhren klappt super, Samma, nur 9 Minuten 20. Ja. Abzüglich meines Einwurfs, 9 Minuten. Urnen. Tipptopp. Hm? Urnen. Das mit den Urnen. Das hörte sich an wie Urnen. Oh. Nein. Uhren. Uhren. Mit den Uhren. Ja, hier, mit den Stopp-Urnen. Ich habe erst Urnen verstanden. Und dachte schon. Nein, egal. Ich wäre zum Thema Stuhl tatsächlich anschlussfähig, außer, ähm, müssen gucken, alle betreten zur Seite. Ach guck mal, Südtirol, der Frolle hat einen Artikel aus der Schweiz. Südtirol ist ja in der Nähe von Bob Schmitz. Hoppala. Habe ich nicht aufgepasst mal wieder. Jedenfalls, Südtirol, ähm, hat sich jetzt was ganz Kluges ausgedacht, äh, äh, jedenfalls ist es ja so, äh, wer kennt es nicht, ne, man spaziert, äh, nichts ahnend durch die Gegend, äh, und plötzlich, der hat überall rumgeschissen. Womit wir wieder beim Thema wären. Genau. Hoffentlich nicht in der Dusche. Und Südtirol hat sich dem Thema Hundekod auf ganz, äh, absonderliche Art und Weise angenommen. Sie haben nämlich jetzt verpflichtend eingeführt einen DNA-Test für Hunde, und zwar für alle 40.000 Südtiroler Hunde, um im Falle eines, äh, eines fäkalen Übergriffs auf Vorgärten oder dergleichen nachweisen zu können, von wem, welchem Hund die Kacke stammt. Die haben echt die Kohle, ne? Ja. In der Schweiz ist ja nichts zu glauben. Dann machen die einen DNA-Test von Hunde Kacke, aber ich finde es voll geil. Also ich finde es geil. Wenn es geht. Ja, tatsächlich finden das nicht alle so geil, weil es halt auch Kacke ist. Und, ähm, es haben auch bisher nur 10.000, äh, Hunde, äh, oder wurden registriert. Und, äh, es fängt damit an, dass, äh, 65 Euro kostet so ein DNA-Test, äh, bei Hunden, den die dann nachher eine Reihenuntersuchung machen und mit den Stäbchen dann ausschwärmen und die Hunde erstmal so einen Speicheltest machen lassen. Das Problem ist aber... Speichel? Das kommt woanders rein. Naja, die DNA, die kann man sich ja auch über den Speichel holen. Das stimmt. Das ist langweilig. Für den Abgleich. Und das, das Kernproblem ist aber, es wohnen ja nicht nur Südtiroler Hunde in Südtirol, sondern es gibt auch Besucherhunde. Und wenn mal so ein Besucherhund dann, äh, da ist, äh... Mein Haus ist voller Scheiße. Der hat hier alles voll geschissen. Er hat die ganze Wand voll geschissen. Da kann man da nichts mehr machen. Okay. Ich hab... Das war wahrscheinlich einen neuen Pfund, Länder. Das, äh... Das war wiederum gut. Ich glaube, das ist aus dem Film Dumm und Dümmerer. Also, vielleicht sollte ich den echt mal gucken. Der war mir eigentlich bisher... Zu dumm. Ja. Aber das lässt auf Qualität schließen. Steht dann in dem Artikel auch jetzt mal so halb seriös, was denn der Hintergrund ist. Also, ich meine, weil, also wenn ich jetzt irgendwie einen Hundehaufen in meinem Vorgarten entdecke und ärgere mich darüber, zu Recht, ähm, dann kann ich quasi, ähm, diesen Test, beantragen, oder wie, oder... Ja, also... Wie gehe ich denn dann vor? Ich meine, ich... Es ist ja auch keine reine Freude jetzt auch als, da in diesem Hundehaufen rumzupulen und da einen Abstrich zu nehmen, um dann zum nächsten Amtsarzt oder wo auch immer hinzugehen. Also, ich würde tatsächlich in dem Fall... Du kannst aber deinen Schuh einschicken. Genau. Ich würde vielleicht die Polizei rufen, dass die das macht, aber die Befürworter... Bekommt dann der Geschädigte das Geld? Es gibt eine Strafe. Ich weiß nicht, ob es noch einen Bonus gibt. Bekomme ich die dann, wenn in meinem Vorgarten der Hundehaufen liegt? Nee, der Hundebesitzer natürlich, der den Haufen ja hätte wegmachen sollen. Nein, nein, aber der muss bezahlen, aber wer bekommt das Geld? Ich dann vielleicht als Geschädigte? Davon wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich eher der Staat. ...verwaltungsbürokratie finanziert. Und das kostet ja. Ja, aber tatsächlich, also die Befürworter sagen, das macht Sinn, weil es schreckt bereits so ab, dass halt einfach die Leute den Haufen eher wegmachen. Die Hunde haben jetzt Verstopfung. Das kann natürlich sein, also... Also ich persönlich mag ja Hunde sehr gerne, aber es ist schon echt ekelig, irgendwie in Hundescheiße zu treten. Kann man nicht anders sagen. Also es muss ja nicht im eigenen Garten nur sein, aber noch schlimmer finde ich, der Hund kann nichts dafür, der rennt halt da rum und muss irgendwann mal, da drückt der Lehm und dann kackt der da halt hin und das Herrchen guckt so links und rechts und geht schnell weg. Aber wenn du ja Hunde so magst, du musst es ja dann auch wegmachen. Ist das nicht genauso eklig? Nee, weil da gibt es ja einfach überall. Inzwischen, achtet mal drauf, mein Bruder, schöner Gruß geht raus, der sammelt seit Jahren Fotos von Hunde-Kot-Tütenspendern und ich schicke ihm das überall, wo ich auf der Welt bin, mache ich immer Fotos davon, meine Brüder auch, weil er immer irgendwann, weil er hat einen Hund, immer danach Ausschau gehalten hat, wo ist so ein Ding. Und das ist tatsächlich inzwischen in fast allen Innenstädten und auch in so Wanderwegen gibt es immer diese Hunde-Kot-Tütenspender und die nimmst du einfach, stülpst sie um, machst die Hand rein, greifst das auch hin, die Konsistenz ist natürlich eklig, stülpst die Tüte drüber und dann hast du es und dann gibt es meistens auch noch ein Müll-Ding dafür. Also ich finde, dass die Städte oder die Kommunen schon viel getan haben, damit Hundebesitzer ihrer Pflicht da auch nachkommen können und die Profis haben das sogar an der Leine irgendwie so mit dran, aber die machen es halt nicht alle. Also es gibt nach wie vor welche, vor allem im Winter. Aber ich glaube, es machen aber nicht wenige. Ich glaube, es ist echt besser geworden. Es ist sicherlich besser geworden, auch weil es, glaube ich, empfindliche Strafen gibt, wenn du wirklich erwischt wirst dafür. In vielen Kommunen musst du richtig latzen, wenn du deinen Hund irgendwo hinkacken lässt und es nicht wegmachst. Aber es wird ja nicht ständig da irgendwie bei frischer Tat ertappt. Also jedenfalls, mein Bruder sagt, der den Hund seiner Freundin immer mal begleitet, dass es auch irgendwann nicht mehr eklig ist, diese Kacke wegzumachen. Wenn du deinen Kindern Hintern abgeputzt hast, im Windel und so, also das ist ja dein Hund. Also ich würde es jetzt nicht bei fremden Hundescheiße, würde ich jetzt auch nicht einsammeln wollen, aber so, wenn der Hund das macht und dann denkst du auch so, komm jetzt, zack, wenn du ihn ordentlich fütterst, dann ist das auch nicht so, nicht so sämig. Die Geschichte vom Bruder. Also was ich eklig finde, ist, wenn ich das dann mit der Hand aufglesend in die Tüte gepackt habe, dann... Ich habe dir doch gerade gesagt, wie du es machen sollst. Ja, ach so. Mein Gott. Ich wollte euch auch noch erzählen, dass die Geschichte, die der Prollo gerade erzählt hat, auch schon aufgegriffen wurde in einem Krimi und zwar bei Wilsberg. Da hatte der Kommissar Oberbeck, der eine absolut geile Rolle spielt, ein cooler Schauspieler, der leitet eine Projektgruppe, die dann tatsächlich die DNA aus der Hundescheiße irgendwie registriert, also erstmal rauskriegt, registriert und dann analysiert und so weiter und so fort. Also das hat es sogar schon ins Fernsehen geschafft. Ich habe hier Bedarf. Alleine, mit dir, zwei Worte, ein Bier. Der Öffner hat nichts zu deiner Rechten. Und bräuchte den Öffner. Was ich mich ja frage, trinkt dieser Typ eigentlich jedes Mal ein Bier und die Dame kriegt nichts ab? Hier bei dem Jingle? Ja. Ich keine Ahnung, du hast mir das geschickt. Ich habe den Film nie gesehen. Das ist schon ein paar Jahrzehnte älter. Das ist kein Film, das ist eine Werbung. Jahrzehnte habe ich vergessen. Ich würde mal auf spätestens 60er tippen. Da gab es halt für die Frauen Wasser oder so wahrscheinlich. Oder ein Pikolöchen vielleicht auch. Guckt ihr eigentlich Handball? Spüli. Guckt ihr eigentlich Handball? Ist doch gerade Europameisterschaft. Die Deutschen sind im Halbfinale. Also wenn das hier ausgestrahlt wird, dann ist schon klar, ob sie im Finale sind oder nicht. Vielleicht sogar das Finale hat es schon gespielt. Ich weiß gar nicht, wann wir rauskommen. Am Sonntag. Das Halbfinale ist am Freitag. Ja, und am Sonntag ist wahrscheinlich das Finale. Oder das Spiel und Platz drei. Ja, dann ist das wahrscheinlich sogar schon gelaufen. Aber vielleicht sollten wir mal, wollen wir nicht mal die KI vom Kicker fragen, wie die das Spiel Deutschland-Island fanden? Ja, ist total schön, dass wir hier was vorbereitet haben. Da fragen wir doch mal. Nach dem Seitenwechsel hatte Deutschland in Wolf weiter seinen gewohnt starken Rückhalt, blieb aber zu wechselhaft. Von 11.11 Uhr ging es auf 13.11 Uhr, auf 14.12 Uhr, auf 15.13 Uhr, ehe Island beim 16.16 Uhr wieder ausgeglichen hatte. Also, es sieht nach einem klaren Sieg aus. Kannst du die Parkour abstellen? Um 16.16 Uhr. Die ersten 60 Achsen abkuppeln. Und vergiss nicht, den stehenbleibenden Zugteil mit der Druckluftbremse in einer Handbremse festzulegen. 60 Achsen abhängen, stehenbleibenden Zugteil festlegen. Scheiße, bei der KI hat sich von selbstständig. Auch bei der Bahn gibt es jetzt Miles and more. Das heißt, Sie können Kilometer sammeln und 300.000 Kilometern erhalten Sie einen tollen Preis. Dann hören wir uns das aber nochmal an. Eine Bahnreise? Viel besser. Ein Auto. Kleine Reminiszenz an unsere letzte Sendung. Herrlich. Ja, das hat jetzt hier mein Handy, hat jetzt einfach weiter fröhlich abgefeuert. Ja, aber ist doch geil, oder? Die KI, die die Ergebnisse nicht lesen kann, immer von Uhrzeiten spricht. Wie cool ist das denn? Bei einem Sportmagazin. Also was war denn da die Aufgabe? Die KI sollte den Ticker vorlesen? Nee, das ist einfach der Sportbericht, der vorgelesen werden kann. So wie es die Vorlesung funktioniert. Aber das hat doch nichts mit KI zu tun. Das ist einfach nur irgendein Sprach-to-Speech-Ding. Ja, das sind ja künstliche Stimmen. Das ist ja trotzdem KI. Ja. Aber das heißt, er hat einfach immer die Ticker-Uhrzeit mit. Künstlich, aber nicht intelligent. Offensichtlich. Ja, genau, offensichtlich. Ich finde es halt krass. Also so ein Kicker, das finde ich, wir müssen schon hinkriegen. Das ist ja irgendwie ihre Kernkompetenz. Aber dann würde ich jetzt eher den Kicker oder derjenige oder diejenige, die das betreut haben, dann irgendwie da ein bisschen vielleicht mal monster.de irgendwie hinlegen. Also, weil, naja, also, Ergebnisdienst kann man dann schon so machen. Und wenn man dann 16 zu 11 oder was weiß ich dann und da keine Uhrzeit draus strickt, es ist ja immer nur so schlau, wie es auch gefüttert wird, gerade solche Vorleseprogramme. Ja, ich wollte ja jetzt auch nicht den armen Typen, der die künstliche Stimme darstellt, jetzt hier bashen. Also der ist es nicht schuld. Der Typ, der die künstliche Stimme darstellt. Der Roboter, der Arme. Wo ist der Fehler in dem Satz? Ich überlege gerade noch. Wen wolltest du denn sonst bashen? Ja, den Deppen, der das irgendwie programmiert hat. Also, ich glaube, in der Richtung sollten wir mal erfolgreich erforschen. Ja, okay. Vielleicht hat es aber auch was mit dem Internet zu tun. Hat einer das WLAN-Kabel verlegt oder was auch immer. Oder dieser Anbieter hier, um den es jetzt in meinem kleinen Beitrag geht, hat ein Problem mit seinen Lavalampen. Aber bevor ich das erläutere, was könnten 100 Lavalampen mit der Sicherheit im Internet zu tun haben? Wo ist da der Zusammenhang? Und ich sage euch, es gibt kein Kabel. Ist das ein Wärmethema, dass das irgendwie Temperatur erzeugt wird da auf engem Raum? Brollo, du bist doch vom Fach. Elektromagnetische Strahlung. Ich muss mich outen, ich weiß es. Aber ich lasse gerne den Sammer noch ein bisschen raten. Nee, ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Kiffen zu tun? Und Internet Security? Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich den Anbieter jetzt hier nennen soll. Das ist ein Anbieter der Internet-Sicherheitsdienste. Ich glaube, den kennen alle schon. Ja, Cloudflare. Die, das mit Internet machen. Also Cloudflare, einer der größten Internet-Sicherheitsdienste. Du machst ja auch nichts mit Internet. Content-Delivery-Networks stellen die zur Verfügung und spielen damit eine entscheidende Rolle, wie es hier bei GameStar Tech heißt, zur Absicherung oder bei der Absicherung von Millionen von Webseiten vor Cyberbedrohungen. Also die schützen Internetseiten mit ihrer Dienstleistung. Und wie machen sie das? Prollo, wenn du den Artikel kennst, du bist natürlich vom Fach, du kannst es fast noch ein bisschen besser erklären als ich. Nee, das kann ich nicht. Ich bin jetzt unvorbereitet. Aber das Prinzip ist ja, du brauchst halt für Verschlüsselung, um es mal kurz zu sagen, brauchst du halt einen schicken Zufallsgenerator. Ja, und wie das so mit Computern ist, die sind nicht so gut im zufällig. Weil die KI nicht so schlau ist, wie sie aussieht. Und da haben die sich Folgendes gedacht. Die haben in ihrer Lobby von ihrem Firmenzentrale, haben die eine Wand gebaut. Tatsächlich, das sieht man hier auf dem Foto, wir verlinken das natürlich. Da sind 100 Lavalampen in so einem Regal. Also 100 Lavalampen in Reihe und Glied stehen da. Und dann sind die hingegangen und haben eine, die sind natürlich angeschlossen und blubbern da so vor sich hin und haben eine Kamera da drauf gerichtet. Die Kamera filmt diese Lavalampen. Und dadurch, dass die ja ständig in Bewegung sind, ist die Konstellation quasi in jeder Sekunde unterschiedlich. Und das ist sozusagen der beste Zufallsgenerator, den du haben kannst, weil quasi nie, also ist ja fast ausgeschlossen, dass jemals 100 Lavalampen mit ihren Bubbels, die da so drin hoch und runter gehen, zufällig genau das gleiche Foto ergeben. Weil es wird immer sozusagen unterschiedlich sein. Und das nutzen die als Zufallsgenerator für ihre Verschlüsselung. Geil, oder? Lavalampen. Alter, Lavalampen. Der Beef, der guckt mich an. Da blubbert es noch. Das Lavalampen. Krass. Hat was von Lavalampen, ja. So, und jetzt dazu natürlich das passende Jingle. Are you looking for a fast, reliable internet connection? All at a fair price? Fuck you. Also, ich fand's geil, wenn man den Titel hier liest, warum die Sicherheit von Millionen Webseiten von 100 Lavalampen abhängt, dann hat man mich schon. Dann hat man mich total. Und das wollte ich hier auch einfach mal in unseren schönen Podcast schmeißen. Und ich merke, der Beef ist total begeistert. Ich habe dich selbst so begeistert erlebt. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ja, boah. Also, völlig aufgeregt. Apropos Internet. Ich muss mal eine Sache nachlabern, die ich bei der Heute-Show spezial gehört habe. I don't know, ob es stimmt, aber wusstet ihr, dass, also wir haben ja das große Problem mit dem Internet hier in Deutschland und Glasfaserkabel und so, wusstet ihr, dass schon Helmut Schmidt beschlossen hatte, dass Deutschland komplett Glasfaser kriegt, also wirklich alles, also deutschlandweit, damit ausgestattet wird? Und wieso ist es nicht so gekommen? Das ist ein Rauch aufgeregt. Also so haben sie es in der Heute-Show da erzählt. Nee, Helmut Kohl ist ihm gefolgt. Und Helmut Kohl wollte lieber in Konkurrenz zu dem linksversifften öffentlich-rechtlichen Rumpfunk das Privatfernsehen fördern. Und die haben Kupferkabel gebraucht. Deswegen ist das Glasfaserkabel gestrichen worden. Und alle Haushalte haben Kupferkabel gekriegt für das Kabelfernsehen. Und deswegen haben wir auch heute noch keine Glasfaserfläche. Aber wer braucht das Internet, wenn man Boom-Sender gucken kann? Ich wollte gerade sagen, ich habe heute RTL 2 und dafür kein schnelles Glasfaserkabel. Ja, bedanke dich bei Helmut Kohl. Also vielleicht besuchst du ihn mal an seinem Grab. Ach, nein. So, wir könnten mal, das haben wir ja zumindest bei den Themensendungen, also den Nicht-Themensendungen immer gemacht, könnten mal sozusagen einen alten Bekannten hier wieder in die Sendung holen. Nämlich den hier, das würde jetzt gerade passen, wir haben tatsächlich die Stunde knapp überschritten. Das ist immer unsere Warnung. Früher, bevor der Sommer diese schönen Uhren rausgeholt hat, gewesen, so ein bisschen Housekeeping. Ja, der ist ja jetzt immer noch wichtig. Das ist ja jetzt nicht umsonst. Also ganz in diesem Geiste habe ich gedacht, wir haben ihn die letzten Male so ein bisschen weggelassen. Und dachte, das wird dir gefallen. Nichtsdestotrotz haben wir wahrscheinlich aber noch mehr Sachen angeteasert, als abgeliefert wurden. Deswegen gucke ich mal in die Runde. Wir wollen ja wenigstens unsere Versprechen halten. Ja, dann leg mal los. Ich habe ja jetzt nur noch was für den Abschluss. Ich hatte meinen Abschluss schon. Ich hatte einen Moment schon. So, Bief. Ich gucke gerade, ich hatte ja noch was. Ich suche mal raus. Während der guckt, Esther, wie ist denn so dein Gemütszustand gerade? Nach einer Stunde voll der Wahnsinn. Ich könnte noch eine Stunde weitermachen. War sehr gut, das wollte ich hören. Lieber Puppentheater oder lieber Kasperle-Theater? Puppentheater natürlich. Ich dachte so, wenn ich in die Runde gucke. Wir sind halt Kasperles, ja. Du könntest nicht besser. Macht ja nichts. Da gab es doch noch ein Bahn-Thema, oder nicht? Ich bin gerade, ich hätte jetzt also... Der Bief geht gerade mit sich in Klausur. Das kann also nur noch 10 Minuten dauern. Ich überbrücke das mal ganz kurz mit einem spontan eingeworfenen Geräusch. Und dann auch mal der Frage, was das ist. Und dann sage ich nur einen Zweizeiler dazu. Was ist das? Das passt zu dem Thema, das der Bief jetzt vortragen möchte. Hast du ein Schweine-Thema? Was Schweinisches? Was Schweinisches schon. Also Schweinisches ist vielleicht das falsche Wort. Es ist ein Gesundheitsthema. Okay. Pass auf. Oh Gott, jetzt stinke ich. Ich habe mir so lange Sound dazu. Ich habe das eigentlich hier draufgelegt, weil ich so einen ganz kurzen Artikel hatte. Das war total lustig. Irgendwo, ich finde es jetzt nicht, ist eine Horde Schweine bei einem Bauern in die Güllegrube gefallen. Ja, das ist aber sehr ungesund. Ja, die sind da reingeplumpst und drohten zu ertrinken. Wie die Ländlinge oder was? Einer bevor und alle anderen hinterher? Ja, irgendwie ist das Verkettung unglücklicher Umstände. Sind die Schweine da reingefallen? Ich habe hier zu viele Artikel. Das ist da umrecht. Und dann sind die Nachbarn alle gekommen ganz schnell und haben geholfen, den Bauern die Schweine, also die Schweine da zu retten, die armen Tiere vor dem Ertrinken zu retten. Und wie haben sie das gefeiert? Mit dem sie die geschlachtet haben. Ja, genau. Der Bauer hat Spanferkel spendiert. Das ist schon die ganze Geschichte. Ich fand es irgendwie geil. Da retten sie die armen Schweine vor dem Ertrinken und fressen dann eins von denen auf. War wahrscheinlich nicht sauer eingelegt. Ja, ich wollte es sagen. Ja, also oder um es mit dem lieben Prollo zu sagen, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Der hat überall rumgeschissen. Ich fand, das Geräusch passt auch gut zu dem Thema, was der Bief uns jetzt erzählt. Ja, wobei weiß ich gar nicht. Das ist ja jetzt ihr Gesundheitsthema. Ja, ja, aber es tut ja weh. So ein verkacktes Schweinsessen ist auch ein Gesundheitsthema. Ja, auf jeden Fall. Passt schon. Genau. Also tatsächlich bin ich über eine Studie gestolpert, da geht es um die Weihnachtszeit. Das ist ja noch nicht allzu lang her. Ja, also der Artikel ist überschrieben mit, das Risiko von Penisbruch steigt zu Weihnachten. Und jetzt könnt ihr mal drüber nachdenken. Yes, das war ja. Vielleicht, Herr Dr. Bief, musst du einmal kurz erläutern, was Penisbruch ist. Genau, das kann ich erst machen. Hast du dir selber eingebrockt? Nein. Er hat einen Urologen von TikTok mitgebracht. Genau, ein TikTok-Urologen ist der Cousin von der Frauenärztin. Träumchen. Also genau genommen bricht der Penis nicht, weil er hat keine Knochen, sondern es gibt auch so ein ähnliches Knacken oder ein schnalzendes Geräusch, wie bei einem Knochenbruch. Und hier steht dann auch zumeist gefolgt von einem Schmerzensschrei. Das ist ein Biege- oder Stauchungstrauma. Von einem Schmerzensschrei. Ich bin leider nicht schnögernd. Ja, genau. Der wird passen. Also es liegt quasi an dem meist einseitigen Riss einer Membran des Schwellkörpers. Und genau, und das ist dann der Penis, er schlafft sofort und schwillt an. Das passiert schneller bei vollgefressenem Bauch, oder was? Falsch. Also die schreiben dann noch, also der Arzt erklärt dann noch, der Penis sieht dann oft wie eine Aubergine aus. Ja, das passt ja, wenn du dann die Emojis dabei, wie heißt das, WhatsApp rumschickst. Ja, sehr schön. Ja, der Hintergrund ist tatsächlich ein bisschen putziger, weil quasi über die Weihnachtsfeiertage irgendwie die Leute ein bisschen mehr Zeit haben und dann meistens irgendwelche unüblichen Stellungen ausprobieren. Das ist Ergebnis dieser Forschungsarbeit. Und deswegen tritt das dann tatsächlich besonders in Positionen, in denen man keinen direkten Augenkontakt hat, tritt das häufiger auf. Und dadurch ergibt sich dann quasi eine 43 Prozent höhere Anzahl von Penisbrüchen in Deutschland. Vielleicht liegt das auch daran, dass man über die Feiertage so viel gefressen hat und sich das nicht sozusagen optisch geben will. Komm, dreh dich mal um. Oh, das kann natürlich auch sein. Oder man ist insgesamt ein bisschen steif. Aber wieso ist es an Weihnachten der Sex so wild? Keine Ahnung, weil du halt mehr Zeit haben. Bei dir nicht, oder was? Ich weiß, warum Franz Beckmann immer gesagt hat, Mensch, isst denn schon Weihnachten? Also, es ist tatsächlich signifikant höher über die Weihnachtsfeiertage als sonst im ganzen restlichen Jahr. Oder Knecht Rubricht? Ja. Das ist ansteckend. Ich finde, da könnte man trotzdem noch ein bisschen mehr Recherche machen. Wieso? Also, das hat mich jetzt noch nicht überzeugt. So ein langes Wochenende, mein Gott. Die Kinder sind mit den Spielsachen beschäftigt. Vielleicht hast du deiner Partnerin irgendwie sexy Unterwäsche geschenkt. Willst du die Maus probieren? Ja, dann ist sie ja eher weg, die Unterwäsche. Da führt doch eins zum anderen. Ja. Dann ist sie ja eher weg, die Unterwäsche. Ja, kommt ja drauf an. Dann gibt es ja viele Möglichkeiten. Geht direkt wieder kaputt. Ja. Also, es ist auf jeden Fall vom British Journal of Urology International. Engländer. Ja, ja, gut dann. Ach, Engländer. Und da, wie gesagt. Das ist ja aus dem Film, der Engländer, der auf dem Hügel hinaufkletterte, vom Berg runterkam und so. Das ist doch hier ein sehr schöner Film mit Hugh Grant. Was? Geht da einen Berg hinauf und kommt ein Hügel runter? Nächstes Hügel? Geht da einen Hügel rauf und kommt ein Berg runter. Weil da oben noch einen Meter draufbauen. Dann ist das über 1000 Meter. Ja, genau. Aber das hatte jetzt auch nicht wirklich was mit der Bahn zu tun, oder? Nee, die Bahn wäre noch ein anderer Artikel gewesen. Also insofern. Ja, mit Verkehr halt im weiteren Sinne. Ach ja, stimmt. Das kann ich aber auch machen. Das wäre jetzt aber so ein bisschen Lars-Klingbeil-Bashing. Also wenn ihr das hören wollt, kann ich das gerne noch machen. Hintergrund ist, dass es eine schnelle Bahnverbindung eigentlich von Hamburg nach Hannover geben soll. Und das ist schon länger, hat sich sowohl die Bundesregierung als auch das Land Niedersachsen darauf geeinigt, die bestehende, also die neue Straße, die eigentlich parallel zu einer Autobahn laufen sollte, nicht zu bauen. Und stattdessen soll die bestehende Strecke ausgebaut werden, was a. länger dauert, b. vermutlich deutlich teurer kommen wird und c. auch die, insgesamt die Beschleunigung der Strecke nicht wirklich so effizient ist, wie eigentlich gedacht. Und der Hintergrund ist, und das finde ich eher das Bizarre dabei, das ist halt auch nicht besonders witzig, ist, dass der SPD-Chef Lars-Klingbeil durch dessen Wahlkreis die Strecke führen würde, da einfach alle Strippen zieht, die er zur Verfügung hat, um das zu verhindern. Und es hat wohl auch geklappt, sprich, das heißt, er hat tatsächlich diesen planerisch sinnvollen Ansatz quasi verhindert, zugunsten eines weniger sinnvollen Ansatzes und auch teureren Ansatzes, einfach damit durch seine Heimatgemeinde, wo die Autobahn übrigens schon durchfließt oder durchläuft, dann noch eine zusätzliche Bahnstrecke zu machen. Also wie in Köln-Frankfurt, wo du ja auch in diesen Käffern heilst. Ja, genau, das ist tatsächlich, wo ich so ein bisschen denke, ist schon irgendwie komisch. Ja, nicht okay, eindeutig, nicht nur nicht komisch, komisch ist ein bisschen schwach. Zwischen Hannover und Hamburg gar keine Stadt ein, die von größerer Bedeutung ist. Das ist auch keine Stadt, das ist ein Landkreis eher, das ist jetzt eher so wirklich nur Gegend mehr. Das muss der Zug dann auch halten? Nö, der muss dann nur durchfahren. Also der Witz ist, dass der quasi da nicht mehr durchfährt. Ja, er will es nicht, weil du Lärmbelästigungen... Ach so, er fährt dann nicht mehr da durch. Ja, er fährt nicht mehr durch, das ist der Witz dabei. Die noch nicht gebaute Strecke führt dann noch nicht da durch. Die neue Baustrecke würde quasi da durchführen, das will er aber nicht. Dann ist es ja genau umgekehrt, weil hier in Limburg und diese ganzen Montabauer, diese Dörfer, die haben ja jetzt alle ICE-Bahnhöfe. Ja, weil das sind drei Bundesländer, die werden da alle bedient. Genau, aber der Witz ist eigentlich, dass eben nur durch die Ertüchtigung der bestehenden Strecke einfach der Fahrzeitgewinn, und das ist ja einer der wesentlichen Punkte, die Beschleunigung des Ganzen, dass der definitiv nicht so signifikant wäre, als wenn die Strecke neu gebaut würde. Und das ist dann schon wieder A, weit weg vom Penisbruch, aber B, vor allen Dingen auch Bananenrepublik. Ja. Ja, so schließt sich der Kreis. Ich sehe hier beim Prollo noch irgendwas aus der Physik. Ja, wenn ihr wollt, der Sommer. Das ist tatsächlich mal jetzt was für euch. Nein, wir haben gerade, Entschuldigung, wir haben gerade Weihnachten gehabt und das passt halt, nach Weihnachten kommt Silvester. Ja, kommt Silvester, ja gut. Die Uhren werden dann ab nächster Woche von Anfang an bis Ende durchlaufen, dann haben wir auch einen genauen... Nee, ich stelle dich schon mal auf Null für die Zeit, wenn du gleich redest. Sehr gut. Also, dann werde ich euch da noch unterrichten. Es geht nämlich um die Physik des... Oh Gott. Ei, ei, ei. Von der Brause muss ich mal aufstoßen. Die Physik... Die Physik des Sektkorkenknallens. Hättest besser das Schwein angemacht. Das tut mir leid. Mein innerer Schweinehund. Jedenfalls, tatsächlich wurde sich da mal akademisch, hier die TU Wien nämlich, aus der Schweiz auch, hat mal genau berechnet, was eigentlich passiert, wenn so ein Sektkorkenknallt. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil ihr werdet, ihr dürft ja jetzt mal schätzen, wie schnell fliegt denn so ein Sektkorken? Wahrscheinlich überschaubar, aber die Luft, die um den herumströmt, sag mal, du guckst gerade so schön, welche Geschwindigkeiten wird diese Luft wohl erreichen, wenn es so schön plopp macht? Also, der Sektkorken, wahrscheinlich schon dreistellig, kann ich mir schon vorstellen. 100 ungefähr? Ja, zum Glück nicht so ganz 100, aber geht schon in die Richtung, 20 Meter pro Sekunde, glaube ich dann 60 Kilometer pro Stunde. Wer weiß das schon, ist aber auch egal. So viel zum Physiker-Prollo. Genau, der Luftdruck ist allerdings dann so groß, dass das, was dann so als Plopp rauskommt, ganz unspektakulär, tatsächlich kann die Luft durchaus Überschallgeschwindigkeit erreichen. Zumindest für einen kurzen Moment, wenn sie dann... Die entweichende Luft aus der Sektflasche. Die entweichende Luft überholt quasi den Korken mit Überschallgeschwindigkeit, daher kommt nämlich auch das Plopp. Ja, das ist dann aber weit mehr als 100. Das ist viel, ja. Knapp unter 1000 müsste das sein. Also 400 Meter pro Sekunde stehen im Raum und das ist so die Maximalgeschwindigkeit oder was im Bereich des Möglichen ist. Ist auch super schnell in der Schweiz mit der Geschwindigkeit. Genau. Und das Plopp ist wahrscheinlich ein ähnliches Geräusch wie beim Penisbruch. Ja. Ist das ein Schnalzen? Es ist so ein... Ja, und tatsächlich wird die sich ausdehende Luft mitunter auch so kalt, dass die Kohlensäure, die dann mit ausströmt, zu Trockeneis gefriert. So, und jetzt fragt man sich, was soll der Driss? Ja, aber tatsächlich ist das gar nicht so unspannend, weil das Phänomen ist letztendlich ähnlich oder vergleichbar mit dem, was so bei Überschallflugzeugen und Raketen passiert. Und die Physik ist die gleiche, nur dass man wahrscheinlich so einen Sektkorken vielleicht ganz praktisch ins Labor holen kann. Hat man auch hinterher was zum Austrinken. Und also akademisch durchaus interessant der Fall. Und ihr könnt jetzt beim nächsten Sekt ein bisschen klugscheißen. Yeah. This is big brain time. Oh, so viel größere Flaschen. Genau. Also die Leute haben auch ein bisschen Spaß im Labor. Ich wette, es ging wie immer nur ums Saufen. Es war tatsächlich auch beiläufig eine Dissertation zu dem Thema. Hoffentlich bestanden. Dass es auch ein Shampoos hinterher gab. Und ja, das ist die Sektgeschichte, nicht nur zu Silvester. Wunderbar. Und bevor der Sammer jetzt hier gleich ins Mikro beißt, möchte ich seinen hervorragenden, hervorragenden Quickie-Sonderbeitrag, den er ja uns hier Woche für Woche präsentiert, mit einem neuen Jingle einleiten, was wir uns mal für die Themensendung überlegt hatten, aber nie abgefeuert haben. Und was ich dir jetzt präsentiere, das wir auch künftig gerne nutzen können, so als Joker, für dich und für den Pino, wenn wir mal vom Thema abweichen wollen. And now for something completely different. Für dich. Ja, herzlichen Dank. Das ist natürlich großartig. Eine schöne Explosion. Wo hast du es her? Gut, du gehört hast. Also bitte. Also bitte. Bitte. Wie wir in der Schweiz sagen. Ja. Bitte. Monty Python. Echt? Ja. Aus Holland. Aus der Schweiz. Die Schweiz hat eine Komediantentruppe. Berühmte. Also für ihn er hat er echt mit sich. Das Agoia Puppentheater. So Leute, ist ja jetzt Karneval. Und Karneval ist ja immer so eine Zeit, ja, irgendwie Pärchen sehen die so ein bisschen zwiespältig, weil da zieht der eine oder andere vielleicht los oder die eine oder andere und will ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen über die Strenge schlagen, ein bisschen knutschen, vielleicht mehr. Was wäre da ganz günstig zu haben? Herpes. Penisbruch. Oder Penisbruch. Kommt drauf an. Also Herpes und Penisbruch, weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist, wirklich, um zum Züge zu kommen. Vorher schon. Nein, hier kommt sowieso nicht drauf und ich will ja ein bisschen Gas geben. Ein Alibi. Ein Alibi wäre nicht schlecht. Ein Alibi wäre nicht schlecht. Und es ist tatsächlich so, dass es jemanden gibt, der hat eine, ich nenne das jetzt mal so, eine Alibi-Agentur gegründet, mit der er Leute wirklich richtig höchst professionell mit Alibis versorgt. Also nicht nur für Karneval, also das ist ja irgendwie dann auch eine sehr knappe Geschichte, sondern auch für Leute, die regelmäßig irgendwie ein bisschen Spaß haben wollen. Und dann gehen die hin und machen zum Beispiel irgendwelche Flyer, die die herstellen, damit irgendwie jemand zum Beispiel sagen kann, er sei jetzt öfter auf irgendwelchen Modellbaumessen und Kongressen, um dem irgendwie mit Material zu versorgen. Damit er irgendwie, wenn er nach Hause kommt, dann auch ein bisschen was vorzeigen kann und so weiter und so fort. Und der beschäftigt auch richtig Schauspieler und einige Fest und immerhin dreieinhalbtausend Laien, heißt es hier im Artikel. Ist ja auch sehr Bravo. Nein, nein, nein. Ach, Bravo, sowas. Niveaulose. Niveaulose, das ist aus dem Express. Wie kann ich mir denn das dann vorstellen? Also angenommen, ich würde das buchen und meine Frau sagt aber... Der Prollo hat Interesse. Ich glaube dir nicht, dass du gestern Abend auf dieser Modelleisenbahnveranstaltung warst, weil sich da noch nie jemand den Penis gebrochen hat. Dann gebe ich ihr eine Nummer und sage, hier, ruf doch beim Veranstalter an. Und dann geht da jemand dran und sagt, ja, guten Tag, Modellbau Kruse. Ja, der war hier. Oder was? Modellbau und Umerginen. Den Anruf habe ich zufälligerweise mitgeschnitten. Hey, sorry, Mr. Call. I was calling you back to let you know that I love you and I miss you. Ja, aber der Prollo, was der hier jetzt natürlich so ein bisschen überspitzt extra gesagt hat, sowas machen die tatsächlich. Also das würden die tatsächlich auch nochmal, das ganze Geschäftsmodell ist nämlich noch viel breiter aufgestellt. Die haben zum Beispiel auch Kunden, da hat er erzählt, so ein bisschen auf dem Nähkästchen geplaudert, da ist einer, der ist Fließbandarbeiter. Ist ja nicht schlimm, ist ja eigentlich nichts bei. Aber seinen Eltern hat er immer erzählt, dass er einen eher, sag ich mal, gut bezahlten Bürojob hat. So, und jetzt ist aber das Problem, dass die ab und zu mal ihn besuchen kommen. Und auch irgendwie offensichtlich, weiß nicht, wie erfolgreich er da vorgegeben hat zu sein, ihn auch seine Arbeitsstelle sehen wollten. Die haben dem ganzes Büro zusammengebaut mit Mitarbeitern und allem drum und dran. Und dann sind die Eltern gekommen und dann war da alles voll mit irgendwelchen Schauspielern und Leuten, die diesen Büroalltag vorgegaukelt haben. Ist das nicht geil oder ist das scheiße? Das ist so fast wie aus einem Film eigentlich, da kennt man das. Also mir fallen jetzt mindestens zwei Filme und eine Serie ein, wo es so eine Szene schon mal gab, aber im echten Leben. Ich könnte das umgekehrt gebrauchen, dass ich einfach gar nicht mehr arbeiten gehe und wenn der Chef stutzig wird, einfach Leute sich für die gute Zusammenarbeit bedanken oder einfach mal Lob rüberschicken. Ja, wir könnten da ins Geschäft kommen. Aha. Ja, also ich finde es krass. Wir möchten aber kurz auch so ein bisschen aus Moralische gehen, indem ich jetzt hier noch eine Schippe auflege. Das letzte Beispiel, was die wohl auch machen, ist, es kann ja so mal sein, unter Freunden, man leiht sich ein bisschen Kohle, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, 5.000, 10.000 Euro oder was. Und dann zahlt der Freund das irgendwie einfach nicht zurück, keine Ahnung warum. Und dann machen die auch schon mal so Sachen, dass die dann jemanden losschicken, nicht Moskau in Kasso, sondern, was weiß ich, der Typ ist gerade, der das Geld schuldet irgendwie am Fußballplatz oder so. Und dann schicken die den los und blamieren den einfach nicht und sagen, hier, du weißt ja, dass du dem Herrn so und so noch 5.000 Euro schuldest, sodass alle möglichst es mitkriegen. Und die sagen so nach dem zweiten Mal spätestens zahlen die alle, wenn man das so bringt. Das hat aber jetzt nichts mehr mit dem Alibi zu tun. Ja, das stimmt, das ist so ein bisschen schon eine breitere Palette an Geschäftsideen, die die da haben. Aber jetzt mal Alibi oder auch diese Geschichte, ist das alles moralisch irgendwie noch okay? Ist das Geschäft, man kann Geld damit verdienen, Leute beschäftigen, ist das okay oder ist das schon irgendwie echt mies? Also Inkasso ist ja Inkasso, aber ich sag mal zwischen, ja, mir ist da Karneval, was passiert und es tut mir auch furchtbar leid und ich habe zwölf Leute engagiert, die mir eine Alibi-Veranstaltung organisieren. Das ist ja auch schon nochmal ein Sprung. Und was ist schlimmer? Naja, also wahrscheinlich ist für die betroffene Person beides gleich schlimm, aber es wirkt natürlich erstmal etwas fieser, wenn du das so generalstabsmäßig mit einer Agentur schon planst. Also es hat schon eine andere Qualität, als wenn du im Karneval im Suff mit der falschen Frau oder dem falschen Typen rumbützt. Also es macht es nicht besser, wie gesagt, für die Person, die verletzt wird, aber es ist ja dann irgendwie aus dem Affekt vielleicht passiert, wenn du von vornherein sagst, ich gehe Rosenmontag auf eine Modellbaumesse. Eine Bordellbaumesse oder eine Bordellbaumesse? Jetzt fehlt es aber auch mal eine ganz tiefe. Das war nicht mal gut. Das hat sich nicht mal gereimt. Meine Güte, Bordellbaumesse. Herr Bief. Naja, nee, also ich weiß nicht, also ich finde, es muss für alles einen Job geben. Dem Typen, der bietet eine Dienstleistung an, also verwerflich sind ja, wenn dann die Leute, die das in Anspruch nehmen. Sie war als Bügelperle verkleidet. Ich konnte mich nicht zurück. Was? Als Bügelperle? Und ich ging als Aubergine. Ist doch egal. Okay, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Vielleicht sollten wir besser wieder Bier mit Alkohol trinken. Ja. Esther, dir soll das letzte Wort gebühren. Hast du noch irgendwas über diese anderthalb Stunden, was du vorher, oder hast du irgendwas gelernt, was du jetzt noch ganz schnell aus dem Kopf wieder rauskriegen möchtest, außer scheißenden Hunden und Leuten, die in die Dusche pinkeln? Oder kacken. Ja, das haben wir eigentlich ja nicht thematisiert. Eigentlich nicht, aber ich frage mich immer, wo das Thema der Deutschen Bahn denn jetzt geblieben ist, was hier so vollmundig angekündigt wurde. Doch, das war das Klingbeil-Thema. Ach, das war das Klingbeil-Thema. Stimmt, das war so unspektakulär. Ja, dass die Deutsche Bahn jetzt von Hannover nach, was war das Bremen? Hamburg. Von Hannover nach Hamburg durch Holland fahren muss. Stimmt. Und der Hauptbahnhof an München heranrückt. Nochmal, wir, also jetzt, wir reden, das klingt unspektakulär, aber wir reden da von Milliarden. Und die Milliarden bezahlt weder der Herr Klingbeil noch die DB mit irgendwelchen sonst was. In Wirklichkeit ist das alles so eine Agentur, die einfach nur so viel an hat, als würden sie da eine Autobahn planen. Das ist nur ein Fake. Ja. Tja, die Politiker. Ich komme jetzt hier nicht aus der Sendung raus, wenn ihr mir nicht helft. Also, jetzt gucken wir hier irgendwie vier Leute an. Hast du keinen Abschiedsort? Aber nächste Woche, gibt es dann nächstes Mal einen Themenschwerpunkt? Schweiz oder so? Sollen wir vielleicht was singen zum Abschied? Also, jetzt, wo du ständig die Schweiz fällt, hab ja vor der Sendung euch vorgelesen, wir sind in den Top 250 Podcast-Charts beim Thema News in der Schweiz. Also, wir sind kurz vor einem ganz großen Durchbruch, würde ich damit sagen. Aber ich hätte doch noch eine Frage. Gibt es irgendeine Statistik bei euch, wo ihr sehen könnt, wie viele euch hören? Ja. Das ist geheim, aber. Das ist geheim, aber die gibt's. Aber ich glaube, die ist kaputt. So. Ja, weil das Problem ist, wir sind bei unserem Podcast-Dienst, da ist das jetzt kein Scherz, wir sind da im günstigsten Segment, mit den eingeschränktesten Statistiken tatsächlich. Und je teurer du sozusagen das Abo abschließt, dann hast du natürlich mehr Features, auch geilere Statistiken. Und ich stelle mir immer vor. Und mehr Hörer. Ja, ich glaube dann tatsächlich, vielleicht würde dann was passieren, aber das steigt sehr enorm. Wir zahlen 10 Euro mehr, wir geben denen mal 200 Hörer dazu. Mehr als 10 Euro, aber dann kriegt man halt auch mehr Auswertung über seine Hörer. Das ist sehr allgemein. Ja. Man sieht halt so Downloads, aber ich bin mir auch nicht so sicher, wie die wirklich zuverlässig getrackt werden. Wir machen das wie in der Lindenstraße, die Pavarotti, ihr Liebhaber hatte doch die ganzen Platten gekauft. Das ist nicht so schlimm, wie wir es hier immer machen, aber es ist halt auch noch nicht der ganz große deutschlandweite Durchbruch. Aber das kommt mit dieser Episode. Ja, dank dir Esther. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Auch mal schön, genau, ja, sehr gerne, auch mal schön wieder so bunte Themen zu machen. Wir haben es genannt, Mixed Pickles Edition. Ja, bis dann. Macht's sehr gut. Ciao, ciao. Tschüss. Wiederhörnchen. Tschüss. Tschüss.